Wenn ihr Anomaly Custom installieren wollt, startet ihr mit der Hauptdatei, die ihr euch runterladet, von einem Torrent-Server, der ist 34, irgendwas Gigabyte groß. Den entpackt ihr in einen Ordner eurer Wahl am besten auf einer SSD-Festplatte, in meinem Fall kreativ benannt Anomaly Inst. In diesem Ordner befindet sich eine Setup-Datei, die startet ihr ganz einfach nur, wählt die Sprache, in der ihr euch am mächtigsten fühlt und wählt dann ein Verzeichnis aus, wo die Spiele-Dateien installiert werden. In meinem Fall ein leerer Games-Ordner und da legt er dann alles weitere an. Ihr klickt euch dann einfach nur durch. Wichtig ist, dass ihr euch einen Desktop-Shortcut anlegt, zumindest war es bei mir so, weil nur damit konnte ich das dann vernünftig starten. Die Installation dauert dann ein ganzes Weichen, das gibt euch die Zeit, euch Videos von meinem Kanal anzugucken. Habt ihr die Wartezeit hinter euch, klickt ihr auf den Desktop-Shortcut, dann auf Browse und sucht euch dann den Anomaly-Ordner in eurem Installationsverzeichnis raus. Den braucht der Mod-Manager quasi als Wegbeschreibung. Ab hier heißt es dann wieder einfach nur durchklicken und an einer Stelle taucht dann ein rotes, gefährliches X auf. Das ist aber ein gutes Zeichen, weil dann habt ihr, glaube ich, soweit alles richtig gemacht. Dann ist eine wilde Abfrage aufgetaucht, wo ich dann beschlossen habe, mich einfach tot zu stellen und auf Tu-Nichts zu klicken. Danach kommt ihr dann in den finalen und geilen Bereich. Ab hier kann nicht mehr so richtig viel schief gehen. Eigentlich. Denkt immer dran, das ist hier eine Sache, die hat bei mir funktioniert. Ich hoffe, dass es bei euch auch so ist. Die ganzen Anleitungen im Internet haben bei mir nicht funktioniert. Also überhaupt nicht. Ich habe es dann einfach nur durch Glück irgendwie hinbekommen und diesen Weg stelle ich euch hier gerade nahe. Wenn ihr hier drin seid, empfehle ich auf jeden Fall noch die Ereville-Mod zu installieren. Ihr könnt oben so ein bisschen die Reiter auseinanderziehen, dass ihr ein bisschen mehr Beschreibung bekommt, weil manchmal sind dann weiter rechts noch eine englische Beschreibung dran. Das ist ja dann doch ganz hilfreich. Diese Mod verbessert eure Anomalien, dass die viel geiler aussehen und ein bisschen knackiger klingen und so. Also die ist schon sehr wichtig. Ansonsten müsst ihr hier nichts weiter tun und könnt dann auf Starten klicken. Im Spielmenü angekommen, stellt ihr natürlich wieder eure Sprache ein. Und am besten auch eine Auflösung. Kann sein, dass es da abstürzt. Das ist normal, das ist bei mir fast jedes Mal passiert, wenn ich die Auflösung da verändert habe. Und dann wählt ihr euer Start-Setup aus und probiert einfach mal aus, ob ihr dann wirklich in der Zone landen könnt. Das Shader-Menü im Spiel öffnet ihr mit der POS-1-Taste. Zwei wichtige Sachen, die mir aufgefallen sind. Die Ende-Taste aktiviert die Shader-Effekte und deaktiviert sie gleichzeitig. Müsst man vielleicht dran gucken, ein bisschen drauf aufpassen. Und unten, wo das kleine Strahlungs-Ombol jetzt auftaucht, da könnt ihr den Performance-Modus rausklicken, dass ihr die Effekte, die ihr auswählt, auch noch anpassen könnt. Normalerweise solltet ihr dann auch noch ein Patch installieren. Das Ding habe ich krass unbenannt in Patch. Hier steht vorher irgendwas auf Russisch. Und da habt ihr diese beiden Dateien drin und die kopiert ihr euch. Und dann geht ihr in den Ordner, wo ihr das Spiel hin installiert habt, in den Games-Ordner. Und da findet ihr dieselben Ordner drin. Und da fügt ihr das dann ein. Er fragt euch dann, ob ihr die Dateien ersetzen wollt. Und dann klickt ihr natürlich Ja. Mir ging es halt so, ich habe es einfach ganz normal installiert, ohne Patch, habe es gestartet. Das war okay. Ich habe im Nachhinein den Patch installiert. Hat auch funktioniert. Läuft trotzdem das Spiel. Alles in Ordnung. Wenn ihr den Patch draufgeschmissen habt, die Dateien ersetzt habt, findet ihr dann... Ich glaube, wir sind dann ein, zwei Mods mehr installiert. Und hier unten befinden sich dann auch vier weitere Optionen. Von denen ich tatsache 2 genutzt habe. Weil ich finde, das Inventar fand ich jetzt nicht so richtig geil in der Standard-Version. Das hier ist ein bisschen besser. Und das könnt ihr dann auch noch im Mod-Manager, im Spiel anpassen. Ich empfehle dann aber... Das ist immer echt krass, das hier zu finden. Das hier rauszunehmen. Das ist nochmal ein anderes UI. Steht ja auch da. Beißt sich dann natürlich. Und dann gab es für mich so ganz komische Schlieren. Ja, das rausnehmen, wenn ihr ein anderes haben möchtet. Und dann ganz unten befindet sich eine Alternative dazu. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte. Oder dass... Es gibt ja auch ein paar Profis da unter euch, die das auch schon spielen und damit installiert haben. Dass die mir vielleicht sagen können, was ich falsch gemacht habe. Oder dass die auch sagen, wie ist es überhaupt möglich, dass es bei dir so funktioniert. Mag es ja auch geben. Wenn ihr noch andere Fragen habt, könnt ihr die auch einfach in die Kommentare hämmern. Da kann ich euch auch antworten. Vielleicht kann man da auch noch die ein oder andere Info für euch generieren. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich bald in einem... Ja... Stalker Anomaly Kostum Video wieder. Bis dahin. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Und dann sehen wir uns mal wieder. Vielen Dank.